Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, aller guten Dinge sind drei, heute kommt die letzte Schleife und zwar die Do-While-Schleife. So, wir haben da so einen kleinen aber feinen Unterschied und den möchte ich euch heute noch zeigen. Wir sagen hier oben A ist 0 und dann wollen wir das Ganze wieder ausgeben, deswegen schreiben wir hier Do. Achtung und dann kommt direkt diese geschweifte Klammer, alles was gemacht werden soll und dieses Print mache ich hier mal raus. Und hinten dran kommt das While, Klammer auf, die Bedingung, zum Beispiel A kleiner 10, Klammer zu und Semikolon. So, jetzt brauchen wir hier drin natürlich wieder ein A++, sonst ist das wieder eine Endlosschleife und wir werden unglücklich. Okay, wenn wir das Ganze jetzt hier kompilieren und ausführen, dann sehen wir, es passiert genau dasselbe wie bei der While-Schleife. Warum zur Hölle sollte ich dann eigentlich diesen Do-Kram hinschreiben? Das ist ja ein Wort mehr, das ist nie gut. Ein Wort mehr ist immer so eine Sache. Okay, es hat trotzdem seinen Sinn, zum Beispiel wenn wir hier A direkt auf 10 oder auf 100 setzen, auf 120, dann sehen wir auf jeden Fall, dass diese Bedingung hier unten falsch ist. Und bei einer While-Schleife würde hier einfach alles übersprungen werden. Das heißt, wir würden gar nichts ausgeben. Aber bei einer Do-While-Schleife wird dieses Zeug, was hier drin steht, mindestens einmal ausgeführt, egal ob die Bedingung wahr ist oder falsch. Die Bedingung wird das erste Mal geprüft, wenn wir unten ankommen. Das heißt, es wird erst einmal ausgeführt, dann prüfen wir die Bedingung und dann vielleicht noch ein paar Mal mehr ausführen. So, das heißt, was jetzt passiert, ist folgendes. Wir führen die Schleife trotzdem ein einziges Mal aus und haben dann logischerweise auch am Ende ein A gleich 121 hier unten stehen. Also hier drin steht A ist 120. Aber wenn wir fertig sind mit der Schleife, kriegen wir hier auch ein A ist 121, denn wir erhöhen A trotzdem um 1. Und das ist genau der Riesenunterschied, den wir bei der Do-While-Schleife haben. Wir führen auf jeden Fall diese Schleife ein einziges Mal aus, egal ob die Bedingung kompletter Bullshit ist oder ob sie sehr relevant ist, wie bei While zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich auch schon der große Unterschied und das war es eigentlich auch schon. Wir haben wieder so ein mega kurzes Video heute. Aber wie gesagt, aller guten Dinge sind drei. Wir sind jetzt endlich fertig mit dem ganzen Gedöns und machen nächstes Mal weiter. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nur so kurz war. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.